Die Bundesländer haben was zu sagen. Ich finde, das merkt man vor allem aktuell ziemlich stark. Und genau deswegen zählt eben auch nicht nur die Bundestagswahl, sondern vor allem eben auch die Landtagswahlen. Und genau deswegen zeige ich euch jetzt die 22 Parteien, die am 6. Juni zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt antreten. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und was an dieser Stelle ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass ich in diesem Video nicht die gesamten Wahlprogramme in all ihren Details bespreche. Aber ich möchte euch einen guten Überblick darüber geben, welche Parteien eigentlich antreten und was sie so grundlegend wollen. Wenn ihr euch aber noch mehr informieren wollt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch nämlich auch nochmal alle wichtigen Wahlprogramme bzw. die ausführlichen Wahlprogramme verlinkt. Genauso wie Seiten zur Bundeszentrale für politische Bildung. So, und wir beginnen jetzt mit der Gartenpartei. Das ist wohl eine der kleinsten Parteien, die ich in diesem Video vorstellen werde. Gegründet wurde sie 2013 in Magdeburg als Protest gegen Bebauungspläne für Kleingartenanlagen. Ein explizites Wahlprogramm für die Landtagswahl gibt es nicht, aber es gibt ein Kernprogramm aus dem Jahre 2017. Und darin heißt es unter anderem, dass ihre hauptsächliche Forderung ist, dass Kleingärten und ihr Bestand geschützt werden sollen. Sie sagen selbst, dass sie ökologisch ausgerichtet sind und ein, Zitat, gerechtes Gemeinschaftsleben unter Berücksichtigung ökonomischer Faktoren schaffen wollen. Außerdem sagen sie, dass sie sich, Zitat, von politischen Strömungen, die historisch überholt sind, distanzieren. Kommunale Grünflächen wollen sie übrigens schützen, Chemikalien in Lebensmitteln stark reduzieren und ein Studienfach rund um Recycling, Entsorgungsmanagement soll, Zitat, eine attraktive Studienrichtung werden. Sie wollen bundesweit ein kostenloses Bildungssystem und sie sind der Auffassung, dass die Infrastruktur sich nach ökologischen, aber auch sozialen Kriterien richten muss. Und sie wollen weg von Öl und Kohle als Energieträger. Achso, und übrigens, wen würdet ihr eigentlich wählen zur Bundestagswahl, wenn sie denn diesen Sonntag wäre? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Die Partei rund um Martin Sonneborn, die ist euch natürlich allen ein Begriff. Übrigens bin ich auch dran, mit Martin Sonneborn einen Interviewtermin auszumachen. Eine Absage gibt es noch nicht, ich bin auf jeden Fall dran. Die Satirepartei hat kurzerhand mal gesagt, dass das Programm von 2016, von der letzten Landtagswahl immer noch aktuell ist und auch noch 2021 verwendet werden kann. Deswegen hier mal ein paar Punkte. Also, 2016 erhielten sie ca. 6000 Stimmen mit Forderungen wie bewusste Umweltpolitik, das Abschaffen der Schwerkraft und Förderung von Arbeitslosigkeit. Auch der Hauptsitz der NASA soll nach Sachsen-Anhalt verlegt werden mit ihnen. Und sie fordern die Umbenennung der Stadt Dessau-Roslau in Uri-Jalo-Stadt-Dessau. Wenn ihr übrigens wissen wollt, was es mit Uri-Jalo auf sich hat, dann schaut mal hier oben im i vorbei. Dort habe ich euch ein Video von Monitor verlinkt. Wirklich eine spannende Geschichte, wie ich finde. Alle anderen Forderungen der Partei, die Partei, könnt ihr euch dann nochmal unten in der Beschreibung anschauen. Dort habe ich das nämlich nochmal verlinkt. Bundesweit spricht man ja bereits von einer grünen Kanzlerin. Übrigens, warum ich diese Wahlumfragen, die es aktuell gibt, etwas kritisch sehe, das seht ihr auch hier oben im i. Dort habe ich euch ja vor kurzem erst ein Video dazu online gestellt. Wie dem auch sei, in Sachsen-Anhalt erhielten die Grünen 2016 bei der letzten Landtagswahl gerade mal 5,2 Prozent. Also deutlich weniger als das, was man ihnen bundesweit aktuell zutraut. Wie dem auch sei, die Grünen wollen Sachsen-Anhalt bis 2035 klimaneutral machen. Sie wollen ein eigenes Digitalministerium im Bundesland einführen und das Wahlalter bei Kommunal- und Landtagswahlen wollen sie auf 14 Jahre senken. Außerdem wollen sie an Unis neue Studiengänge zu künstlicher Intelligenz einführen und Zitat drei große Impact-Hubs, Zitat Ende, an verschiedenen Standorten fördern. Das soll beispielsweise eben auch heißen, dass junge Unternehmen so bezahlbare Räume vorfinden. Und bis 2030 soll der Anteil des ÖPNV, gemessen am Gesamtverkehr, bei 60 Prozent in Sachsen-Anhalt liegen. Bei der Bildung wollen sie die Ganztagsschulen fördern und sie setzen vor allem auf ein gemeinsames Lernen. Zitat, es kann insbesondere auch durch Verbünde von Grundschulen mit anderen Schulen realisiert werden, wobei alle Schulabschlüsse vom Sekundarschulabschluss bis zum Abitur ermöglicht werden müssen. Weiter geht es jetzt mit der AfD, die bei der vergangenen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu einer der stärksten Parteien gehörte. 2016 nämlich erhielt die AfD 24,3 Prozent aller Stimmen und gehörte damit zu der zweitstärksten Partei im Bundesland. Und um nahtlos beim Thema Bildung weiterzumachen, auch weil eben Bildung eines der Kernthemen der Bundesländer ist, sprechen wir jetzt mal über Bildung bei der AfD. Die AfD will nämlich schulische Inklusion, also das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, beenden. Dafür sollen Förderschulen ausgebaut werden. Kinder von Geflüchteten sollen in Zitat, Sonderklassen, Zitat Ende, unterrichtet werden und Zitat, alle Programme zur Förderung speziell von Frauen sind einzustellen, alle Frauenquoten sind außer Kraft zu setzen. Der Grund für die AfD liegt darin, dass die AfD denkt, dass Männer gezielt diskriminiert und entmutigt werden zu studieren. Die AfD sagt, dass sie den ÖPNV als sinnvolle Ergänzung zum Pkw ansieht und will den Nahverkehr weiter ausbauen, vor allem im ländlichen Raum. Sie bekennt sich aber auch zum Automobil mit Verbrennungsmotor, setzen aber auch auf gut ausgebaute Radwegnetze, wie sie selbst sagen. Beim Thema Sicherheit will die AfD eine freiwillige Bürgerwacht aufbauen, die dem Ordnungsamt unterstehen soll. Sie setzen sich für den privaten Waffenbesitz ein und im gesamten Bundesland will man Internet mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 MBit pro Sekunde etablieren. Windräder sollen mit ihnen im Bundesland nicht weiter ausgebaut werden und Schulden will man auch nicht weiter aufnehmen. So und weiter geht es jetzt mit einer weiteren kleinen Partei. Die Partei der Gesundheitsforschung, die gibt es seit 2016 und ist eine sogenannte Ein-Thema-Partei, wie sie übrigens auch selbst von sich sagen. Ihr Ziel ist es, dass deutlich mehr Geld des Landeshaushaltes zusätzlich in die Entwicklung von wirksamer Medizin gegen Alterskrankheiten gesteckt wird, also Krebs, Alzheimer, Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes Typ 2. Mehr Forschungseinrichtungen sollen geschaffen werden, beispielsweise in der Biochemie und Molekularbiologie. Zu allen anderen politischen Themen sagt die Partei nichts. Konkret sagen sie dazu, Zitat, Die Partei will eine Regierungskoalition mit einer oder mehreren anderen Parteien bilden und selbst nur das Thema Gesundheitsforschung behandeln. In allen anderen politischen Themen will sich die Partei nicht einmischen. Diese können von den Koalitionspartnern behandelt werden. Wir 2020, das ist eine Partei, die vor allem aus den politischen Folgen der Pandemie entstand. Denn neben der Partei Die Basis entstand Wir 2020 aus der Widerstandsbewegung Widerstand 2020. Eine Partei-Initiative, die aufgrund der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gegründet wurde. Laut Forschern war es ein, Zitat, Sammelbecken von Verschwörungstheoretikern, Rechten und Impfgegnern. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt auf jeden Fall, dass die Partei, Zitat, nicht klar in das Parteienspektrum einzuordnen ist. Im Gesundheitssystem sollen sich, Zitat, Schul- und Alternativmedizin gegenseitig ergänzen, Zitat Ende, und sie unterstützen ein breit gefächertes Schulsystem, also mit vielen unterschiedlichen Schulformen. Sie fordern außerdem die Abschaffung von Massentierhaltung, sind gegen Gentechnik und sagen auch, dass die Landwirtschaft auf ökologischen Grundlagen fundieren soll. Und weil wir sie gerade schon angesprochen haben, machen wir auch gleich weiter mit der Basis, nämlich die Basisdemokratische Partei Deutschland. Auch sie haben kein explizites Wahlprogramm für das Bundesland, aber sie sind eben auch entstanden aus der Widerstandbewegung Widerstand 2020. Die Partei selbst versteht sich als Wertegemeinschaft mit basisdemokratischem Ansatz und vier Säulen, die da wären, Freiheit, Achtsamkeit, Machtbegrenzung und Schwarmintelligenz. Den Corona-Maßnahmen steht die Partei sehr kritisch gegenüber. Man fordert beispielsweise auch mehr Basisdemokratie und sie wollen ein, Zitat, föderales Europa der Regionen, Zitat Ende, und sie wollen auch den ökologischen Landbau fördern. Auch hier weitere Informationen zur Partei gibt es unten in der Beschreibung. Die Partei liberal-konservative Reformer, die ist gegründet worden vom ehemaligen AfD-Mitbegründer Bernd Lucke. Im Landtag in Sachsen-Anhalt haben sie sogar vier Sitze. Das liegt nicht daran, weil sie gewählt wurden bei der vergangenen Wahl, sondern weil vier Mitglieder der AfD zur LKR gewechselt sind. Im Fokus der Partei steht die Kritik am Euro und der Europäischen Union. Insgesamt ist die Partei wirtschaftsliberal einzustufen. An der EU kritisieren sie Dinge wie zu viel Bürokratie, Zentralismus oder Harmonisierung. Sie wollen außerdem, dass die einzelnen Staaten wieder mehr Rechte und Kompetenzen zurückbekommen. Und dass eine Landesregierung da relativ wenig dran aussetzen kann und ich euch das trotzdem erzähle, liegt daran, da die LKR auch kein explizites Wahlprogramm für die Wahl in Sachsen-Anhalt vorgelegt haben. Ja, anders als die AfD will die SPD den ÖPNV zur vollwertigen Alternative sozusagen hochstufen. Sie will das Stilllegen von Bahnstrecken verbieten und 8 Prozent der Straßenbaumittel in Sachsen-Anhalt in den Radverkehr fließen lassen. Um Krankenhäuser zu modernisieren, will die SPD 600 Millionen Euro investieren und die Privatisierung von Unikliniken lehnt sie ab. Und genau wie die Grünen setzt auch die SPD auf ein längeres gemeinsames Lernen im Bereich Bildung. Auch will sie Gemeinschafts- sowie Ganztagsschulen fördern und es soll im Unterricht gezielte Umwelterziehung und Umweltbildung geben. Die Anzahl der Polizeibeamten will sie außerdem auf 7000 erhöhen. Außerdem will sie verpflichtende Schulungen für Polizisten zu Rechtsextremismus, Reichsbürgern und Antisemitismus einführen. Und die SPD will auch eine Heraufsetzung der sogenannten geringen Menge von Cannabis in Sachsen-Anhalt bewirken. Also, dass man mehr legal Cannabis besitzen kann. Das erklärte Ziel der Klimaliste in Sachsen-Anhalt ist, eben Klimaschutz gesetzlich zu verankern. Für sie ist damit verbunden, Zitat, ein sofortiger Stopp aller klimaschädlichen Subventionen für nicht klimaneutrale Energieträger als auch der Abzug aller finanziellen Rücklagen und Anlagen des Landes aus klimaschädlichen Werteanlagen. Sie sagen selbst, dass alles, was sie politisch tun wollen, dem 1,5-Grad-Ziel dient. Bis 2028 wollen sie die Brutto-Stromerzeugung in Sachsen-Anhalt zu 100% auf regenerative Energiequellen umstellen. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln würden sie sich in Sachsen-Anhalt vor allem auf den Radverkehr und auf Fußgänger in Städten konzentrieren und sie wollen in Sachsen-Anhalt das Prinzip der Kreislaufwirtschaft einführen. Mehr zur Klimaliste gibt es natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Die vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt eingestufte rechtsextreme NPD macht sich vor allem dadurch bemerkbar, dass sie völkische und auch fremdenfeindliche Dinge fordert. Sie richten sich ganz offen gegen Ausländer, Migranten, Juden, Muslime und andere gesellschaftliche Gruppen. Sie sprechen außerdem von einer, Zitat, ethnischen Überfremdung, Zitat Ende, und sagt, dass es zum einen eine Amerikanisierung und Islamisierung gäbe und dass sie dagegen ist. Sie wollen außerdem getrennte Schulklassen für ausländische und deutsche Kinder. In der Bildung spricht man von einer, Zitat, Kuschelpädagogik, Zitat Ende, die man abschaffen will. Ein konkretes Wahlprogramm für die Wahl in Sachsen-Anhalt gibt es aber nicht. Weiter geht's mit den Linken. Die Linke will in Sachsen-Anhalt auf jeden Fall ein rot-rot-grünes Bündnis erreichen. Und zwar mit Forderungen wie diesen hier. Zum Beispiel mit einem Mindestlohn von 13 Euro, mehr Personal für das Landesamt für Verbraucherschutz und einem mittelfristigen kostenlosen ÖPNV. Auch das Stilllegen von Bahnstrecken will die Linke in Sachsen-Anhalt verbieten. Und sie will 750 Millionen Euro in Kliniken investieren und Cannabis soll mit ihnen auch legalisiert werden. Auch in Schulen will die Linke investieren. 2000 neue Lehrkräfte, 400 pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 600 SchulsozialarbeiterInnen. Und genauso will sie Kopfnoten abschaffen, also Noten zum Beispiel für das Mitarbeiten und auch das Sitzenbleiben soll verschwinden. Auch Gebühren für ein Zweitstudium sollen wegfallen und Azubis sollen mindestens mit ihnen 1050 Euro pro Monat verdienen. Die Partei der Humanisten kann man als soziale, liberale und progressive Partei einstufen. Für die Partei selbst steht die Freiheit des Einzelnen im Mittelpunkt. Sie wollen Politik machen, die sich an einer, Zitat, kritisch, rationalen und wissenschaftlich fundierten Auseinandersetzung mit der Realität, Zitat Ende, ausrichtet. Generell steht bei ihnen die Bedeutung der Wissenschaft hoch im Kurs. Sie ist gegen die Privatisierung von Krankenhäusern und fordern eine einheitliche Krankenversicherung. Zudem wollen sie in der Bildung, also in Schulen, landesweite Standards haben und später auch in ganz Deutschland einheitliche Standards. Modellversuche für ein bedingungsloses Grundeinkommen finden sie auch gut, aber ein spezielles Wahlprogramm für die Wahl in Sachsen-Anhalt haben sie nicht. Die Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz ist eine Abspaltung der Tierschutzpartei und gibt es seit 2013. Das Parteiprogramm ist grundsätzlich ähnlich zur Tierschutzpartei, aus welcher man sich übrigens abspaltete, da man der Tierschutzpartei vorwarf, sich nicht genügend vom rechten Spektrum abzuwenden aus ihrer Sicht. Für die Landtagswahl 2021 fordert die Partei ein uneingeschränktes Verbandsklagerecht für Tierschützer, die Abschaffung von Massentierhaltung, Tierversuchen und Jagd und es soll ein Verbot von Tieren in der Unterhaltungsindustrie geben. Das Wahlalter bei Landtagswahlen soll mit ihnen auf 16 Jahre gesenkt und der Landtag soll verkleinert werden und die 5%-Hürde soll in Sachsen-Anhalt auf 3% gesenkt werden, genauso wie sie für mehr Bürger- und Volksentscheide sind. Zusammen mit den Grünen und der SPD bildete die CDU von 2016 bis 2021 die Landesregierung und war bei der vergangenen Wahl die stärkste Partei, neben der AfD. Die CDU will in Sachsen-Anhalt weiter Schulden abbauen. Sie will die Zahl der gebauten Radwege in den nächsten 5 Jahren verdoppeln und der Autobahn- sowie Straßenbau soll auch im Fokus stehen. Tempolimits in Sachsen-Anhalt auf Autobahnen lehnen sie ab. Beim Thema Bildung will die CDU eine verbindliche Schullaufbahn-Empfehlung nach der 4. Klasse wieder einführen, also wenn gesagt wird, dass das Kind auf die Realschule soll, schrägstrich muss, muss es eben in die Realschule gehen danach. Genau wie andere Parteien auch will die CDU die Anzahl der Polizisten auf 7.000 erhöhen und die Polizei, die Polizisten sollen in Zukunft auch mit Tasern ausgestattet sein. Bodycams an Polizisten sollen ausgeweitet werden und überall in Sachsen-Anhalt eingeführt werden. Für den Verfassungsschutz gäbe es mit der CDU mehr Personal in Zukunft. Und sie wollen Sachsen-Anhalt zum ersten Bundesland machen mit einer flächendeckenden 5G-Netzausstattung. Weiter geht's mit einer weiteren kleinen Partei. Die Partei Freie Bürger Mitteldeutschland ist wohl eine der kleinsten Parteien, die ich euch in diesem Video hier vorstelle. Und sie ist für einfachere und generell mehr Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger. Ihr Fokus liegt vor allem auf den Kommunen und deren finanziellen Haushalte. Vor allem fordert man generell mehr Geld für Kommunen. Auch regionale Unternehmen sollen laut ihnen bevorzugt werden, wenn es um die Auftragsvergabe von Projekten geht. Massentierhaltung lehnen sie ab und sie wollen in Sachsen-Anhalt regelmäßige Bürgerversammlungen mit institutionellem Charakter. Sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene dann am Ende. Also alles in allem eine auf sehr Kommunen ausgerichtete Partei. Vorhin haben wir sie bereits angesprochen, die Tierschutzpartei. Seit 1993 gibt es sie und wie der Name es vermuten lässt, liegt der Fokus bei ihnen auf dem Tierschutz und auf Tierrechten. Im Europaparlament haben sie übrigens auch einen Sitz aktuell. Langfristig will die Partei eine tierlose Landwirtschaft und ein Verbot von Massentierhaltung, Tierversuchen und Jagd. Eine Übergangslösung ist für sie eine artgerechte Tierhaltung. Ein konkretes Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt gibt es nicht, aber zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Dieses Jahr forderten sie, dass man bis 2028 komplett aus Kohle und Gas aussteigen will. Kleinbauern sowie ökologische Landwirtschaft will man außerdem fördern und Plastikmüll reduzieren, durch Verbot von Einwegplastik beispielsweise. Und noch eine Tierschutzpartei tritt an, nämlich die Aktionpartei für Tierschutz, Tierschutz hier. Die Partei hat einen 12-Punkte-Plan für Sachsen-Anhalt. Hier mal ein paar Forderungen. Sie fordern die Einführung einer Tierschutzpolizei sowie das Verbot von Tierversuchen, Pelzfarmen und Zirkustieren. Tierschutz soll mit ihnen auch ein fester Bestandteil von Erziehungs- und Bildungsangeboten sein. Darüber hinaus will man alternative Energieträger fördern und den ÖPNV verbessern. Die Freien Wähler. Eine Partei, die in Bayern bereits mitregiert und in Sachsen-Anhalt in den Landtag einziehen möchte. Auch bei ihnen ist der kommunale Fokus deutlich zu erkennen. Zum Beispiel, indem sie Dörfer stärken wollen und regionale Landwirtschaft, vor allem familiengeführte Betriebe unterstützen möchten. Sie wollen, Zitat, einen ideologiefreien Ausstieg aus fossilen Energieträgern, Zitat Ende, und sie fordern, dass Sachsen-Anhalt kein Atom-Endlager sein soll. Sekundarschulen wollen sie auch fördern und Förderschulen erhalten und auch ein Heimatstipendium für Studierende aus Sachsen-Anhalt einführen. Das Wahlealter bei Landtagswahlen wollen sie auf 17 Jahre senken und auch Volksabstimmungen fördern. Die ökologisch-demokratische Partei, die gibt es schon seit 1982. Grundsätzlich ist die ÖDP eine Partei mit eher konservativen Werten, basisdemokratischen Ansätzen und sie hat das Kernthema Ökologie. Die Kohlekraftwerke wollen sie so schnell es geht abschalten und öffentliche Einrichtungen mit Ökostrom versorgen. Das Wahlalter bei Landtagswahlen soll auf 16 gesenkt werden. Außerdem sind sie für ein Familienwahlrecht. Heißt, sie wollen in Sachsen-Anhalt einführen, dass Eltern für ihre Kinder, die unter 16 sind, wählen gehen können. Was die Bildung betrifft, fordern sie Gemeinschaftsschulen bis zur 10. Klasse. Die Piratenpartei, die gibt es ja auch schon seit einiger Zeit und sind im Parteienspektrum eher, naja, linkspolitisch einzuordnen. Ihr Fokus liegt vor allem auf direkter Demokratie und Transparenz politischer Handlungs- und Entscheidungsprozesse. Die Piraten wollen, dass das Wahlalter bei Landtagswahlen auf 14 Jahre gesenkt wird und sie setzen sich für, Zitat, eine Stärkung der Informationsfreiheit und einen freien und offenen Zugang zu allen staatlichen und staatlich geförderten Informationsbeständen, insbesondere Geo- und Wetterdaten sowie Verkehrs- und Einwohnerstatistiken ein. Zitat Ende. Wie manch andere Parteien setzen sie beim Thema Schule auch darauf, dass man bis zur 10. Klasse länger gemeinsam lernt. Bildung soll laut den Piraten aber auch auf Bundesebene entschieden werden, weswegen man sich für die Aufhebung des Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern einsetzt. Mit ihnen soll auch das Bus- und Bahnfahren kostenlos werden und generell sagen sie, dass man auf den ÖPNV setzen muss, damit man das 1,5-Grad-Ziel erreicht. Kommen wir zur letzten Partei in der Runde, nämlich der FDP. Bei der vergangenen Wahl verpassen sie nur ganz knapp den Einzug in den Landtag mit 4,9 Prozent. Also, wie wollen sie es jetzt schaffen? Zum einen will sie Niederlassungen von Ärzten in Gemeinden fördern und, wenn es um die Reduzierung von CO2-Emissionen geht, setzt die Partei auf die, Zitat, Innovationskraft des Wettbewerbs. Zitat Ende. In Sachsen-Anhalt sind sie auch weiterhin für die Einhaltung der Schuldenbremse und keine andere größere Partei hat in Sachsen-Anhalt so viele junge Leute auf ihren Top-20-Listenplätzen. Außerdem wollen sie, Zitat, ein bundesweit einzigartiges, unabhängiges und direkt gewähltes Landesjugendparlament schaffen, welches Antragsrecht gegenüber dem Landtag besitzen soll, Zitat Ende. Wenn es um Autobahninfrastruktur geht, sagen sie das hier, Zitat, das größte Autobahnfreie Gebiet Deutschlands liegt in Sachsen-Anhalt. Das muss sich ändern. Wir Freien Demokraten wollen dafür sorgen, dass kein Bürger unseres Landes länger als 30 Minuten zur nächsten Autobahn oder vierspurigen Bundesstraße braucht, Zitat Ende. Zum ÖPNV und Radwegen äußern sie sich so, Zitat, wir wollen die Attraktivität des ÖPNV und des Radverkehrs verbessern, nicht die des Autoverkehrs verschlechtern, Zitat Ende. So, das waren alle 22 Parteien im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, alle Informationen zu den jeweiligen Wahlprogrammen findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Und wenn ihr jetzt Leute kennt, die noch nicht wissen, wen sie wählen sollen oder wenn ihr sagt, die brauchen mal die Informationen zu allen Parteien, dann schickt diesen Leuten unbedingt dieses Video und macht sicher, dass sie am 6. Juni wählen gehen. Danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Marvin und bis dann.